Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Risen! Zuallererst tut mir leid, wenn ihr hier so ein Rauschen hört. Ich musste zwangsweise die Klimaanlage anstellen, weil es ist in meiner Bude so warm. Ich gehe kaputt! Und wenn ich dann auch noch hier so am Hardcore zocken bin, dann kriege ich auch noch voll die Schweißausbrüche. Und ja, aber egal, fangen wir an. Wir waren auf dem Weg zum Jäger-Trupp, beziehungsweise wollten den finden. Jetzt nehme ich erstmal ein bisschen Obsidian mit. Erstmal muss ich gucken, hier gibt es eine. Ich habe wieder so ein gammeliger Krieger. Musste mich jetzt so nerven. Zack. 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 Gut, der hat mich jetzt zwar einmal getroffen, aber egal. Hier gibt es eine so ne Zwischenhöhle, da ist noch ein Brontog drin. Den will ich... ...auf jeden Fall noch kalt machen. Ja, da ist er. Weil der kann sein, dass ich hier mal ein bisschen flüchten muss. Und wenn der mir dann auch noch in den Rücken fällt, ist das echt uncool. Und ich will mir ja, soweit es geht, den Rücken frei halten. Oh, ein Pilz. Äh, hau ich mir wieder einen Mana-Trank rein. So, und jetzt kann es weitergehen. Äh. Äh. Puh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo es weiterging. Ich glaube, ich muss gerade... Aber hier scheint auch mal eine Hölle zu sein. Die habe ich beim letzten Mal nicht. Okay, hier ist nix. Hier ist rein gar nichts. Nichts ist da. Weniger als nichts. So, da haben wir einen kleinen Jäger. Jäger, Jäger. Oh, da sind zwei Jäger. Zack. Ey. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Geh weg. Lass mich. Ich habe Angst vor dir. Zack. Richtig aus dem Leben gefickt habe ich dich. Mann. Muss man erst sauer werden. Ähm. Ja. Hä? Ach, den habe ich schon geplündert. Ah. Ich bin schon hier draußen. Ha. Das heißt... Jetzt wird es lustig. Da ist nämlich, äh... Ja. Ihr seht einfach gleich selber. So, klein safe machen. Beichern. Senf und... Kotnascherei. Hier seht ihr schon den Speicherstand genampft. Äh, da bin ich schon ein Kapitel weiter. Ähm, ja. Egal. Jetzt seht ihr einfach selber. Hier haben wir nämlich... Wo steht der Pisser? Wo bist du? Junge. Oh, da haben wir einen Echsenkrieger. Oh, oh ja. Ja. Das meinte ich, ich muss einmal fliehen. Flüchten. Zack. Fall in die Fresse. Scheiße. Wo lang ging's? Zack. Der Wächter ist, glaube ich, umgedreht. Ja, ist er. Doch noch nicht zu weit entfernt. Ich kann den immer noch in den... Ich hab den verfehlt. Das geht gar nicht. Zack. So. Und da haben wir einen Schlüssel. Okay, jetzt wird's doch mal leicht frisch mit der Klimaanlage. Ähm. Äh, ja. Gehen wir zuerst einmal kurz hier rein. Hier liegt nämlich noch eine Steinplatte. Hier ist noch ein steinernder Thron. Ja. Und... Ah, sieh an! Eine Obsidianablagerung. Netter Ausbeuter. So. Und... Ich habe hier jemanden gefunden. Was will Mensch? Hahaha. Dork hat Mensch. Mensch, Freund von Dork. Ja. Wir sind uns schon mal begegnet. Dork, gefangen von Schuppige. Mensch, befreit Dork. Besonders lange konntest du deine Freiheit ja nicht genießen. Dork, jetzt wieder gefangen. Warum bist du wieder gefangen? Dork nimmt Keule und tötet Schuppige. Aber Schuppige zaubert bösen Zauber auf Dork. Dork eingesperrt. Dork wieder eingesperrt. Dork mächtig sauer. Du bist frei. Dork schuldet Mensch das Leben. Dork will Schuld tragen. Für Ehre von Dork. Dork wird helfen. An Seite stehen. An Seite kämpfen. Das Gesetz der Ehre. Ich verfolge ein paar Echsen. 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 Dork sagt Schuppige. Verstanden. Dork wird Leben schützen und Feinde töten. Einen großen Kerl wie dich. Könnte ich schon gebrochen. Dork groß und stark. Dork und Mensch kämpfen für Ehre. Mensch spricht. Dork folgt. Ja komm mit. Komm mit. Gut gut. So. Jetzt habe ich einen großen Helfer mit dabei. Häh toll. Und vor allem der kann zuschlagen. Er leckt mich am Arsch. Fisch, ey. Wow. Sie bewerfen mich mit Fisch. Na toll. Er war schneller. So. Äh. Ja. Nehmen wir hier ein bisschen. Die haben ja hier ein bisschen Zeug. Kann ich gebrauchen. Gebratenes Fleisch haben die auch noch hier liegen. Oh. Der Fackel. Hier noch Ei. Ei. Und. Eine Rüpe. Ich weiß gar nicht. Habe ich eigentlich noch die Quest offen? Ähm. Warte mal. Von der. Äh. Eine Hafenstadt. Fälle für Fleisch. Was brauche ich denn dafür eigentlich nochmal? Ähm. Ich habe bereits mit Bär. Äh. Er will zehn Fälle haben. Bevor er das Fleisch rausrückt. Ich habe ja. Ich habe mal. Okay. fünf keiler und fünf wolfsfälle ich habe zwei wildschwein fälle und fünf wolfsfälle toll bringt mich nicht viel weiter schade ja komm doch wir gehen mal weiter wir treffen noch auf ein paar schuppige die du umkloppen kannst warum liegt hier so viel geld kann ich im wirklichen leben auch mal geld auf der straße liegen hier mit den viechern werde ich mich ungern anlegen die wie ich ja die kloppt die hier habe ich übersehen ich frage mich wurde er den den knüppel hin steckt weil der hat nichts auf dem rücken wo packt er die fette keule hin wo geht es denn hierhin da sind zwei auger mit augern will ich mich jetzt aber nicht unbedingt anlegen ist jetzt gerade auch nicht nötig wir haben momentan eine andere mission ja mach du mal doch zack zack komm der nächste zack zack der hat so einen fetten knochen oder so eine keule dabei ich frage mich wo der das hin steckt schiebt er sich das in den arsch oder was dann wäre der ja ein kleiner popopirat ich brauche mal wieder ein bisschen mana oh da steht hier eine truhe was ist da drin was ist da drin ich will die truhe öffnen mal bernstein ich kann aber nicht schmieden ist bitter ich finde jetzt auch gerade ein bisschen uncool dass es so halb dunkel ist mag das nicht ups ah ja aschebestie wo die aschebestie weicht aus doch doch wird angegriffen oh mein gott doch holt aus und oh schon wieder gekontert was ein kontakt er doch kommt nicht mal zum angriff die aschebestie beißt immer wieder zu und er hat einen sitzen und jetzt kommt ein feuerball von hinten und beendet die ganze sache ja einfach mal ein bisschen kerngestört sein macht spaß müsst ihr auch mal probieren leute jetzt wird mir schon wieder warm unglaublich er ist zum kotzen im sommer in der dachgeschosswohnung lecko mio ein paar kleine stachelratten stachelratten das war's danke ich bin ja auch ein cooler typ das ist ja noch nicht ne 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 Alter Freund. Der ist am Kiffen? Hör mal auf zu kiffen, du Junge. Was machst du hier? Du wolltest doch zusammen mit dem Inquisitor in den Vulkan. Hast du schon etwas herausgefunden? Ich verfolge einen Trupp Echsen. Sie sind den Weg runter, Richtung Jagdhütte. Wenn du dich beeilst, kannst du ihn noch einholen. Ja. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Ich helfe dir mal kurz. Du kriegst die Stachelratten sowieso nicht kalt. Weil du ein Lappen bist. Ein Lauch bist du. Ich treffe die Scheißviecher nicht mehr. Das Fleisch nehme ich. So. Dog, komm. Dog. Ich frage mich, ob Dog irgendeine Bedeutung hat. Äh, ja. Ey, ein automatischer Speicherstand. Wir nähern uns. Was. Okay. Ja, Dork, warum greifst du nicht mit an? Oh, dann mach ich's einfach so. Zack. Hat die vielleicht... Näh, die hat keine Tränke, schade. Nichts, was ich verwenden kann, schade. Aber wenigstens... Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Wenigstens lebt Rupert noch. Rufo hat's leider nicht geschafft. In meinem anderen Speicherstand leben beide nicht mehr. Leider. Sagt Rufo eigentlich... Rupert noch was? Kommen einfach hierher und denken, sie können mich umbringen. Versklaven trifft es eher. Versklaven? Niemand versklavt mich. Das haben die Biester jetzt auch gemerkt. Görger, Echsen, wo du hinkommst, ist wohl immer was los. Ja, stimmt. Jetzt erstmal hier... Wo ist der Anführer? Ich brauch den Anführer, denn ich brauch die Karte von ihm. Da. ...gefunden, was gesucht war. Ja, jetzt muss ich wieder in den Vulkan. Geh in Berg. Pass auf Schuppige. Pass auf Menschen. Keine Sorge. Die Menschen sind auf meiner Seite. Menschen wie böse Zauberer. Besser niemals Rücken zeigen. Niemals einschlafen. Keine Sorge. Ich passe schon auf. Dork war mit Mensch gemeinsam in Kampf und Suche. Nun geh alleine. Bring zu Ende, was längst begonnen. Ja. Das ist nochmal ein Wort. Ich werde aber erstmal hier eine Runde schlafen. So, jetzt, äh, ich glaube, ich kann eigentlich... Boah, der ist ja weit gekommen. Ich kann eigentlich mich einmal, äh, hoch zur Vulkanfestung teleportieren. Ich glaube, da bin ich schneller, als wenn ich hier den kompletten Scheißweg da wieder durch die, äh, wieder diesen Berg hoch und Tempel, also in den Berg rein und so ist... Ne, da habe ich keinen Bock drauf. Also folge ich lieber dem Weg hier. Vor allem, weil es irgendwie auf eine Weise der direkteste ist. Zack. Äh, laufen wir mal etwas schneller. Gut, dass ich den, den, den Zauber eile auf eine Kurzweiltaste gelegt habe. Ha! Ah, nein. Ah, egal. Ich hoffe, du hast einen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand hacken. Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Wir müssen uns durch die Wand fallen. Moment, was... Zeit zum Kämpfen! Ah. ja chill ich komme ich komme ja kämpf du mal da ist sogar ein exenpriester ja wo bist du hier ist es durch diese wand müssen wir durch das sieht nach einer menge arbeit aus wins wird sich darum kümmern geht zu ihm er soll die wand hier einschlagen für dich habe ich eine andere aufgabe was hast du mit mir vor geh und sagt wins er soll diese wand einreißen wir beide kümmern uns um die weiteren geheimnisse dieser fest kann er mir nicht stärker das kann ich gebrauchen ich will stärker ich will stärker werden immer mal wieder was an stärke lernen jetzt bin ich bei 65 stärke bei stufe 19 nicht unbedingt sehr viel aber egal ja jetzt erstmal wieder zu wins zu rüber tigern wo ist er denn hier wir sollten hier bleiben hier ist eine gute verteidigungsstellung wenn wir uns zu sehr verteilen sind wir verwundbar du sollst zum inquisitor kommen zu befehl nimm deine spitzhacke mit was ist los wir müssen eine wand einschlagen um in die krypta zu kommen beeil dich der inquisitor wartet auf dich ich mache mich direkt auf den weg das ist zu riskant ja und wieder zurück laufen ich bin nur am laufen ja ja lauf mal vor ich bin ursigor der verdammte dies ist die festung die nach meinem befehl erbaut wurde doch nun wurde sie zu meinem grab so werde ich mit dem titan ruhen bis zum ende aller tage ursigor ist irgendwo in diesem tempel begraben sorry ich musste siehst du diese tür willst du die etwa auch einschlagen nein aber ich habe hier diese büste gefunden ich vermute dass sie uns helfen wird die tür zu öffnen stell sie auf den altar und mach dich bereit äh wo ist der das ist nicht der altar das hier ist der altar ähm äh wo ist denn die büste auf dich habe ich ja nur gewartet gut dass ich das nicht alleine machen muss gut dass ich das nicht alleine machen muss aber da kommt sowieso gleich noch ne scheiße auf mich zu ey scheiße wo der schießt auf mich digger schön mal die lage ja prügelt ihr euch mal ich nehme hier so lange noch ein bisschen ja wie gesagt war es schon wusste ich es doch was hier gibt es noch mehr wissen über diese anlage bevor wir in die krypta vorstoßen müssen wir so viel wie möglich in erfahrung bringen und wir lesen wieder ich bin ursigor herrscher über die titanen und dies ist mein befehl niemand soll die macht haben die titanen zu unterwerfen meine diener sollen seine nein das heißt meine oder ach Mist die letzten sätze sind unleserlich hier komme ich nicht weiter hast du alles gelesen ja aber ich konnte nicht alles entziffern dann müssen wir wohl in die krypta um herauszufinden was da steht lass uns zu winz gehen ja ähm ach der braucht wieder so lange das ist eine schlechte idee schade komm beweg deinen Arsch digger wie sieht's aus hoffnungslos mehr als dieses kleine loch ist nicht drin die wand ist einfach zu massiv ach ne kann ich ja nicht das bringt ja nix da ist er ja was sollen wir machen du wirst gehen du musst durch dieses loch und uns die zugbrücke öffnen ich werde die leute vor dem tor versammeln äh ist klar einmal habe ich die scheiß aufgaben ach nehme ich jetzt erstmal hier den auf die 5 äh ja kann ich direkt mal einen gönnen direkt mal kurz ein save machen beziehungsweise beziehungsweise wenn ich mich nicht grad irre ähm ist die Folge sowieso schon vorbei ich werde mich jetzt einfach mal hier verabschieden in der nächsten Folge geht's weiter tiefer in die Krypta rein es wird noch ein harter Kampf werden und ja ich sag mal ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend wann auch immer ihr das sehen werdet und ich hoffe wir sehen uns bald wieder bis dahin macht's gut Leute bitte